Okay, packen wir es wieder, oder? So schlimm finde ich es jetzt gar nicht. Die rechts sind unsere. Die rechts sind unsere. Ja, ich würde sagen, das sind unsere. Also wo welche sind, sind direkt da vorne. Siehst du die zwei da? Die da? Ja, aber Klaus, vorsichtig. Du bist da vorne in der Reichweite. Ja, dann geh, komm. Aber richtig, gehen! So Klaus, jetzt gehst du mal da links raus und dann müssen wir die Handschaft mit zwei neuen Kugeln machen. Mal links vorbeischauen, Klaus. Mal links. Aber kurz, das sind Gegner gleich. Pass auf! Mal links. Ich wollte wenigstens ein Erfolgserlebnis haben. Den Arsch kann man nicht haben. Mal links. Mal links. Mal links. Mal links. Klaus, wie schaut's aus? Rechts ist unser! Links sind welche anscheinend irgendwo. Checkt mal das Haus da drüben, da wo der Marshall steht. Irgendwas ist auf jeden Fall drüben. Ja, ich weiß es nicht. Es scheint gegnerisch zu sein. Das scheint gegnerisch zu sein. Ja, ich weiß schon, wir haben's bald. Ja, ich weiß nicht, das Haus stört uns ja nicht. Die anderen pushen ja nicht. Wenn wir pushen, dann wird das gehen. Ist vom Lesen, ich seh die Deckung. Wartet mal. Ich brauche einen, der links deckt hier am Holz und einen rechts vom Haus. Klaus, bei dir. Ich renne in der Mitte dann durch. Zeig mir, wo ich decken soll. Geh mal da rüber zur Ecke, Mario. Und schaue in die Richtung. Ich renne dann zur nächsten Deckung dann. Der hängt voll draußen. Welcher? Okay. Kommt ja nicht so weit. Nee, gerade nicht. Ja, das ist Winter. Da hockt einer. Ich könnte versuchen, das so reinzuschleiden. Da hab ich keine Deckung von links. No risk, no fun. Ja, eben. Gleich kommt er, gleich kommt er. Glaubst du? Ja, der kommt her. Hammer! Hammer! Okay, warte, dann... Wie warst du? Ja, ich muss auch potten sonst. Macht's keinen Spaß, wenn ich vorlaufe. Einen Bar noch. Oh, der Klaus! 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 Haha, der war geil. Den wollte ich machen, aber egal. Hat außer Spaß gehabt. Ist er noch drin? Glaubst du schon, oder? Ja, nichts davon. Wie sieht's aus, Klaus? Hinten hast du, glaub ich, einen Punkt. Bist du drin, oder? Hinten hast du, glaub ich, einen Punkt. Ich bin aber nicht ganz sicher. Nee, ist schon noch drin, oder? Am Kopf, genau am Hinterkopf. Hinterkopf, würd ich sagen, Klaus. Schau mal hinten. Ja. Du warst noch am letzter Kopf. Okay, Klaus, kannst du dir mal sagen, wo die Leute sind, wo du sie grad siehst? Auflegen kannst du doch später. Nee, ist raus. Okay, ist raus. Gut, dann geh ich. Amau repottet. Da kommt wieder einer. Mario, wie schaust du von der anderen Seite links aus? Ja, geh immer mal rüber drauf. Wenn ich quasi zu den Startbildern gehe, wie würdest du es links einschätzen? Ich geh mal zu den Bäumen davor. Okay, da siehst du nichts. Ich geh zu den Bäumen davor. Ja, ich geh zu den Kisten davor. Oder wachst du auch? Ich geh zu den Bäumen da. Okay. Geh. Okay, dann geh mal. Ich schau, wenn was ist dann. Da ist einer. Ja, pass auf. Lochstatus. Kann ich zu den vorderen Kisten links vor dir? Rechts bewegt sich einer. Vorsicht. Zwei Uhr. Zwei Uhr von dir ungefähr. Okay, ich gehe. Komm, komm. Ich hab mein Funkgerät verloren. Kommst du hin? Einen raus. Ja. Kannst du mit Funkgerät hingeben? Hinter dir. Zeig mir jetzt hinter dir. Komm. Habts. Danke. Ich geb Deckel und so. Ja, passt. Komm ein bisschen näher ran. Ich glaub da sind sie. Ja, ich weiß, da sind sie. Aber wenn die anderen nicht nachrücken, sind wir hier nicht mehr lange. Was ist mit denen? In oder Out? Out würde ich sagen. Wenn sie unsere Richtung weiter laufen schießen. Dann haben sie Pech. Okay, da hinten ist einer. 150. Ich suche ein Funkgerät. Ich muss erst mal mein Ding suchen. Einen Stecker. Der ist rausgefallen. Siehst du irgendwo eine Stecker hier? Kabel. Zieh auf irgendein Kabel an. Der ist weg. Neue Neue. Ich versuche hier. Ja, ich sag ihnen das. Einen Term aus ist er echt weg. Ich versuche nicht. Die sind weg, oder? Der ist weg. Der ist weg. Das ist weg. Und eine Maschine. Die ist weg. Der hat wieder kein Problem von links. Die ist weg. Der wird nicht weg. Der ist weg. Bis jetzt nicht, aber ich seh'n auch nicht. Da hinten kommt einer drauf, oder? Okay, warte, warte, warte. Ich bleib unten. Ja, da kommen sie aber noch nicht hin, würde ich sagen. Oder? Longballing, warte mal. Schwierig. Feinste Äste. Ist das geil? Es macht so Spaß mit der Knarre. Nee, gibt's gerade nicht. Da ist einer. Wo? Mit der Verdeckung. 50 Meter. Ja, ich seh'n. Schick aus. Sehr schön. Also, die sammeln sich langsam dahinten. Ihnen. Schick aus. 150 Meter. Ich bin leer. Ich bin out of ammo. Ganz aus? Ja. Nimm mal mir. Dein letzter? Ja, nimm ihn. Wenn du willst, kannst du mir einen halben geben. Nein, nimm mich. Okay, einen halben hab' ich. Warte, dann gib mir einen halben auch gleich. Wenn ihr jetzt gerade noch nicht passt schon. Dann, tu ihn doch mal rein. In dem Haus ist einer drin. In welchen? In den da? In den vorderen, ja. In den hinter oder dran? In den vorderen, ja. Okay, warte, wir haben's gleich. Ich hab noch mein Zeug verloren. Ganz halt wieder alles. Der hat Spaß gemacht. Der hier, wer ist das der? Seht ihr mal seine Armbindel? Könnte gelb sein. Könnte gelb sein. Okay, dann gehen wir auch mal. Scheiße, jetzt verlier ich die ganze Zeit. Was? Passt schon. 200 Meter in die Richtung, Alter. Hier ist alles frei. Da sind sie alle. Da sind sie erst ganz vorne. Ich würd' sagen, wir gehen wieder. Ach, komm. Links, rechts. Scheiße. Mit Headspot. Ich steck's jetzt mal da in die Tasche rein. Auch mal ne Möglichkeit, okay? Auf die Nase. Wo seht ihr sie? Hey? Wo seht ihr sie? Der ist hinter irgendeiner Deckung. Okay, hinter irgendeiner Deckung. Da ist der Respawn. Warte, warte, warte. Ja, ich hab alles verloren. Passt schon. Wir müssen fünfmal zusammen gesammelt, aber ist egal. Ich muss jetzt halten. Wir müssen mal schauen, die Links. Das sind sehr viele, ja. Wie schaut's denn rechts aus, wenn man nach rechts schaut? Auf jeden Fall am Baum müssten nur welche sein. Einen haben wir. Okay. Könnt ihr mal einen oben hinstellen, einen unten. Ich laufe zu der mittleren Deckung hier. Dann schau dir mal, wie man schießt. Auf den Deckung willst du? Ich geh jetzt mal erst in die Kleine. Wenn ich nicht renne ich durch, bist du im Großen. Ich brauche nur zwei Leute, die unten sind. Der hinten ist auch. Warte, warte. Warte mal. Okay, drei, zwei. Lass du dir deine Hinten ausmachen. Ja, ich glaube dir. Ja, geh doch raus. Okay. Drei, zwei, eins, go. Jetzt. Hey, es reicht langsam, ich weiß es. Kurze Pause, ich geh schnell durch. Vorsicht. Ja, ja, ich geh. Ja, ja, ich geh. Danke, Robi, danke. Bitte schön.